Wir haben unser Bistro umgebaut. Und es geschah Erstaunliches. Krass, jetzt sollten wir so lassen den Traum. Zieh an dem Seil und folge dem Licht. Verantwortung. Erzähle von einem Erlebnis oder Moment, in dem du den Wert Verantwortung in der VAD gespürt hast. Verantwortung übernehme ich in der VAD sehr gerne. Weil mir auch viel Vertrauen geschenkt wird. Am Anfang bin ich hingekommen mit einem recht neuen Thema. Und es gab direkt eine große Offenheit zu dem Thema. Und mir wurde das Vertrauen geschenkt, dass ich dieses Thema hier auch in der VAD zum neuen Beratungsprodukt aufbauen kann. Und schon in der Probezeit konnte ich sogar meine Fortbildung in diesem Thema weiterführen. Und da macht es mir auch Spaß, Verantwortung für den Erfolg für dieses Thema zu übernehmen. Weil mir so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Und das ist ein schönes Gefühl. Wir sehen uns nicht gleich nicht. Wir sehen uns nicht. Musik Bis zum nächsten Mal.